Jo Leute, was geht? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play mit in 2Ds, aber ich werde euch hier mal zeigen, dass wir Level 30 sind, ich für den ganzen Charakter übrigens mit dem Herrn Virus hier eingeblendet, hier den Daniel, Emil, Streit, Wolf, Siegler, Narek, Plus 9 mit 29 DSS, LPP, Plus 9 mit 1,5 KTP, ja, Plus 7, Schlachtschule, Plus 8, zack, ist schon 4 oder 5 mal auf Plus 9 gefailt, was ich scheiße finde, dann haben wir hier noch mit TP, Ohrringen, Schuhe, Plus 7 und ich wollte eigentlich jetzt halt nur vorstellen, dass wir hier aufnehmen, hier haben wir noch ein paar PMs und so, für Gaul und so, vielleicht kann man damit noch was anfangen. Dann wollten wir euch noch fragen, oder ich wollte euch noch fragen, weil man kann ja keine Achse mehr auf dem Server Ganta machen, deswegen wollte ich euch fragen, ob ihr noch Accounts, die ihr übrig habt und nicht mehr braucht und auch wirklich nicht mehr hackt, übrig habt, damit wir da unsere Buff drauf machen können. Dann wäre richtig, richtig geil, ihr würdet auch jedes, ihr würdet auch ein Dankeschön im Video bekommen und ich würde mich riesig drüber freuen und ja, wäre halt einfach richtig, richtig geil. Wir sind hier gerade auf dieser neuen Map, die dann dazu gekommen ist und wir würden in den Partnern gar nicht mehr viel machen, vielleicht noch ein paar bisschen rumlaufen. Wir sind ja eh in dem Nichthandel-SCH, das jetzt noch der Server Fusion 6 CHs gibt und deswegen wollte ich euch einfach nur fragen, ob ihr noch einen Account, den ihr über habt, ja, ob ihr den uns schenken könnt oder ja, wenn ihr halt nicht mehr drauf zockt, braucht ihr ihn eh nicht und wäre richtig geil, schickt ihn mir dann bitte beim PM oder schreibt mich erstmal an. Bitte nicht in die Kommentare schreiben, weil sonst kann ihn jeder lesen und darauf habt ihr doch auch keine Lust, oder? Ja, jedenfalls, danke fürs Zusehen von dem ersten Teil von Let's Play Meeting 2, bald werden noch längere und bessere Folgen kommen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal von der Nicht-Ankündigung und so Zeugs halt. Also, wir sehen uns dann wieder, bis dann und ciao und danke für die vielleicht kommenden Accounts und fürs Zusehen.